Sanke Shintaro, 73 cm Weibli, sehr schöner Sanke, sehr gute Sumi, das ist noch nicht fertig, der kann auch noch wachsen, 80 cm kann der schaffen, hat einen schönen Marutenfleck, Natur, der ist nicht geschnitten auf den Kopf, wir haben den als Nisai gekauft, ist gut gewachsen, ist nicht zu fett, hat einen schönen Körper, schöne Flossen, also rundum toller Fisch.